Ihr hört jetzt ein Gedicht über Goethe, kommen viele Menschen drin vor, auch Irre und auch die Frau von Stein. In einer Anstalt nur für Irre und manchmal auch für ziemlich Wirre, erklärt ein Mann mit Namen Knöte, er wäre Johann Wolfgang Knöte. Da liefert man einen anderen ein, er möchte ebenfalls Goethe sein, damit sie ihren Wahn verlieren, sich gegenseitig auskurieren. So etwas klappt meistens nicht immer, steckt man beide in dasselbe Zimmer. Am nächsten Tag wird der vernommen, der hier als Goethe 2 gekommen. Nun fragt man ihn, glauben Sie noch nach wie vor, Sie wären just der Faustautor? Da flüstert dieser, nein, oh nein, ein Irrtum, ich bin Frau von Stein. Applaus, danke.